Hallo Leute, hier ist Corrupted und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Indie-Horror-Spiel und wir spielen Where Am I? Das ist ein Spiel, was von dem Macher von Slender kreiert wurde, innerhalb von 48 Stunden, innerhalb eines Wettbewerbs und das soll nicht ganz so lange sein, ich hab's glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ich hab ein bisschen was davon gesehen für wirklich Ewigkeiten, deswegen weiß ich noch nicht genau, was hier passiert. Ich weiß nur, dass man hier in diesem komischen Labyrinth rumlaufen muss und am Ende irgendwas passiert. Ich hab noch nie das Ende gesehen, aber ich hab gesehen, dass das Spiel so um die 10 Minuten, glaube ich, lang war. Vielleicht irre ich mich jetzt auch total, das ist ja ein bisschen peinlich. Aber wir gucken mal, was es hier gibt. Musik fängt an, okay, ist schon mal ein Anfang. Musik ist immer gut, wenn du Musik ins Spiel reinpackst, ist es schon mal ein bisschen was. Da war gerade ein Weg. What the fuck? Okay. Anscheinend ändert sich die Umgebung hier, das ist so... Okay. Das wird lang so ein bisschen komisch fluffig auf meinem Bildschirm, ich seh nicht mehr ganz so viel. Aber okay. Ich glaub einfach... Da war gerade was, oder? Ja, nee, glaub nicht. Und was mir eben aufgefallen ist, heute ist ja Freitag der 13. Also, wer weiß, vielleicht erschreck ich mich ja und krieg einen Herzanfall oder sowas und sterb dann. Na, wenn das passiert ist, werdet ihr das Video wahrscheinlich nicht mehr sehen. Also, es ist eine sehr große Chance, dass es nicht passiert ist, wenn ihr das Video gerade hier seht. Also, naja, tut mir leid. Ich leb leider. Da war gerade ein Weg. Okay. Scheint, es würde sich der Weg ändern, wenn man woanders... Okay, wenn ich nicht mehr in die Richtung von dem Weg gucke, ändert sich der Weg. Und das ist ziemlich creepy. Ziemlich coole Mechanik, muss ich zugeben. What the fuck? Okay. Hier geht's weiter. Okay, das passiert, glaube ich, jedes Mal, oder? Okay. Ziemlich creepy. Sehr gute Atmosphäre. Okay, Moment. Diesmal nicht. Klappt nicht. Scheint, das ist ja wohl der richtige Weg zu sein. Komisch. Egal. Wir laufen weiter. Wir sind so ein paar ganz kleine Lichterchen, die uns so ein bisschen das Licht zeigen. Das ist sehr gut, weil ich mag Lichter. Ich sehe weniger und weniger. Okay. Hier geht's weiter. Also, die Atmosphäre ist wirklich... Dies... Schon mal sehr gut. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier noch zu erwarten habe. Oh, ich laufe noch mal weiter. Hier geht's lang. Oder? Ich glaube, ich habe gerade noch einen weiteren Weg dahin freigeschaltet. Okay. Das ist ein sehr langer Weg geradeaus. Ich trau dem Spiel nicht. Das war ein Schattenmensch. Ein schattiger... Schattenmensch. Habe ich gesehen. Geh weg. Okay. Ich habe das Gefühl, wenn ich weggucke in der Weg... Ich sehe die ganze Zeit irgendwas direkt neben mir. Ich sehe das. Hier geht's weiter. Ist irgendwas hinter mir? Nee. Okay. Einfach weiterlaufen. Huh. Okay. Das Spiel ist verdammt laut eingestellt. Wenn irgendwas passiert, ich kriege einen Herzinfarkt. Oh, fuck. Okay. Bring was, Spiel. Bring was. Die Atmosphäre... Die ist schon mal sehr gut, aber... Lange dann kriege ich Angst und ich sehe fast gar nichts mehr. Okay. Hier geht's weiter. Oh, ich... Oh, das ist ein sehr langer Gang. Das scheint der richtige Weg zu sein. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich trau dir nicht, ich spiele. Ich sehe viel zu wenig. Uh. Okay. Ich kann nicht mehr zurück. Ja, das ist... Gut. Hier geht's... Tiefer rein. Da geht's weiter. Oh, ich sehe die Wege fast gar nicht mehr. Das ist so schlimm. Holy shit. Hier lang. Oh, ich weiß... Es kommt mir vor, als ob die komplette Umgebung sich um mich bewegt, aber... Ich hab die ganze Zeit Gefühl, irgendwas ist hinter mir. Wo geht's hier weiter? Da. Okay. Ich hab's Gefühl, gleich kommt hier irgendwie in den Raum, in dem ich nicht weiter kann. Okay, zurück. Oh, Leute. Die Atmosphäre ist echt gut. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Oh, fuck. Oh, fuck. Wo muss ich lang? Ich kann nicht weiter. Shit. Leute. Leute. Ah! Oh. 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 Das war... Das war laut. Das war ziemlich... Das war ziemlich laut. Oh. 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 Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ein kurzes Spiel, aber... Nicht schlecht. Das war gute Atmosphäre. Gut zusammengepackt. Ich würde so... 6 von 10 Punkten geben. Die Atmosphäre war gut. Hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr Sachen einpacken können. Aber der Scareman, der hat mich... Der hat mich bekommen. Also, Respekt. Ziemlich gutes Spiel. Puh. Ich hoffe, euch das Video gefallen. Ist ziemlich kurz. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wie immer. Dann freue ich mich sehr. Und wir sind schon bei 875 Abonnenten. Vielen, 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 vielen Dank. Ihr seid die Allerallerbesten. Also, gleich kommt noch das Q&A. Und morgen kommt wieder mehr Horror. Und wahrscheinlich auch das erste Story Horror Game. Also, ich hoffe, ihr freut euch darauf. Und... Das heißt jetzt das erste Story Horror Game. Das nächste Story Horror Game. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Euer Korrupt. Ihr bis dahin. Crabdami4Life. Bye. Das ist echt Wahnsinn. Mit... Was für... Äh... Wenigen... Weg mich? Ja. So ein bisschen wenigen Mitteln. Spiele. Wo wir Angst machen können. Die Atmosphäre. Ich bin sehr, sehr, sehr gut. Und ich... Erinner mich. Ruhig, ruhig, ein paar Atmen. Das glaube ich schon.